So, ich komm nochmal runter, shippender Shopping Master. Ich find Shopping Master lustig, aber Shipping Master. Was ist eigentlich mit dir? Was stehst du nur so böse rum? Kann ich hier was verkaufen? Hier, ich nehm den Müll. Sonst ist der gleich wieder bei Filtercharakter. So, noch erkenne ich hier nichts. Ich hoffe, das ist der. Noch zeigt es mir nichts an außer den Namen. Wahrscheinlich, wenn ich näher dran bin. Na, 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 na. Schön zickzack und rumlaufen. Da ist er. Gut. Shopping Master. Ähm. Hallo. Ja, komisch. Jetzt redet er mit mir. So. Ja, dann tu mit mir handeln. So. Er will jetzt Essenzdust haben. Von dort, wo ich gerade herkomme. Ah. Dieses Spiel. Ich komm gerade von da. Ohne Scheiß. Ich komm gerade von da. Ich, 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 ich. Jetzt soll ich nochmal zu der... Hm. Dieses Spiel macht mich aggressiv. So, da bin ich wieder. Ja, blöde Shopping Master will deinen Staub haben. Jetzt her mit dem Staub. Aber vielleicht noch. Warte mal. Ah, ich bin noch hier. Die Klasse. Okay. Komm. Gib mal her. Ja, gib mir die Scheiße jetzt her. Dann kriege ich die Axt nicht. Jetzt hab dich nicht. Gib das Zeug her. Äh. Jetzt will die noch irgendwelchen anderen Scheiß haben, damit ich da das gebe, damit sie die Axt bekommt. Okay. Quiriel und Nightstier. So, da bin ich wieder. Du nervst mich. Jetzt hab ich hier die blöden Rohstoffe. Ich wollte, ich wollte die Quest noch gar nicht abgeben, aber ich bin zum Glück noch der Bade. Schwein gehabt. Gut. Ähm. Ja, ist schön für dich, dass dieser blöde Staub so brutal zu kriegen ist. Gut. Jetzt muss ich wieder zurückgehen, um die Pickaxe zu holen. Tschüss. Da bin ich wieder mit deinem blöden Kristallstaub-Scheiß. Ich muss mal Klasse wechseln. Blub, blub. Blub. So. Hier. Ich brauch die Pickaxe und dafür brauch ich jetzt hier Essenz-Dust und so'n Müll. Komm. Ja, mit der blöden Pickaxe. Ja, 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 ja. So, Quest completed. Port ahoi. Ähm. Okay. Was passiert jetzt hier? Äh. Ich krieg erst... Okay. Okay. Schön. Soll ich jetzt Wochen warten, oder was? So, nee. Betonto, Corto, Morning Camp. Äh, Morning. Ich lese ein Scheiß. Mining Camp. Betonto, Dingsmund, Mining Camp. Gut. Schön, dass ich wieder zurücklaufen darf. Tschüss. Danke für dich. So, da bin ich wieder. Und hier hat sich's ein bisschen verändert. Hier sind ein paar lustige Steine, wo man wahrscheinlich drin wohnen kann. Ein Schmied. Man kann einfach durchgehen. Okay. Schön. Ein Schmied. Und hier ist dieser Corto. So. Hier hab ich ja die Quest ge... Äh, äh, äh. Das wollten wir gar nicht. Das geht so schnell, dass er es wegblättert. So, hier. Complete return to Corto. Hallo. Äh, ich glaub gar keine IP. Na gut. So. Okay, da will die gleich haben wahrscheinlich. Oder es nervt ihn gerade. Oh, was denn jetzt? Quest completed. You have been gone long enough, blah, 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 blah. Ähm, stay on top of the shipping master. Return to me. You have the shipment. Ich denke, das kommt erst in ein paar Wochen. What up? Ist das dein Ernst? So. Was haben wir hier? Complete. You have been gone long enough, blah, blah, blah. Äh, Wandel in high step. Okay, dann geh ich jetzt wieder zurück. Gehst du schon? Nee. Gut. So, Randl, da bin ich wieder. Deine Quest hat ziemlich genervt. Hallo. Können Sie mal. Äh, die Quest ist jetzt komplett fertig. Hallo. 5000 RAM und 12.000 XP. Habe ich noch ein bisschen mehr geben können. So. Ähm, was hat denn jetzt noch alles Wichtiges zu sagen hier? Das ist schön für dich, dass ich einen neuen Titel bekomme. Okay, ich habe die Quest-Line bis jetzt fertig jetzt. Gut. Hat sie auch gezogen. Siehst, ich kann jetzt momentan nicht weitermachen. Das spricht auch nicht mit mir jetzt. Ich glaube, das ist verbuggt. Die sollte gar nicht mehr drin sein im Buch, die Quest jetzt. So, da bin ich wieder. Die Quest ist natürlich weg. Denn die hat rumgepackt. Jetzt habe ich bloß noch die hier. Speak to Clan funktioniert nicht. Das ist hier der Typ, der hier die Zeitung macht oder printet oder so. Da kann ich fünfmal anquatschen. Juckt den einfach nicht. Die darf ich sowieso nicht zeigen. Deswegen mache ich sie im Moment noch nicht. Und ja. Hier brauche ich das Nightsteer-Liquid, was ich nicht ganz verstehe, was ich machen muss. Deswegen ist ja erstmal Schluss. Und ja, da mal zu, ne? Ja, nochmal gucken, ob wir die hier Stufe 5 kriegen, die Truhe. Also in meinem Fall Stufe 5. Und wir dürfen nicht in einer Gruppe sein, sonst gibt es Gruppe. Es ist die Frage, nehmen wir uns gegenseitig die Kills jetzt weg. Ohne Gruppe oder mit Gruppe oder ich weiß es nicht. Ja, mit der beide. Ah, da ist sie. Es hat ziemlich lange gedauert und es ist nur Müll drin. So, mal gucken. Mein Apparat ist jetzt wieder bei Null. Er war ja gerade bei 5 hier vorne. Jetzt ist er wieder bei Null. Ich habe Haufen Scheißdreck bekommen. Joa. Lohnt sich mal wie die Sau. Also jetzt irgendwie dauerhaft grinden gehen, das ist nicht mein Fall. Aber wenn ich jetzt eine Quest mache oder so sowieso töten muss, dann ja. Ja, was wissen du ihr? So. Hier bei den Ruinen. Da waren wir schon 20 Mal. Gleich hier rum. Da kann ich irgendwie nicht langlaufen. So. Gleich hier bei der Truhe. Da haben wir dieses Cape. Zack. Ein Cape. Zählt nicht? Wie zählt nicht? Hä? Dann. Wurde gar nicht angezeigt. Hätte mich jetzt auch gewundert. Denn das war dieses Nightsteer Liquid. Die könnten damit wirklich Krieger drehen. Die halt in einem Umhang drin waren. Wer auch immer auf so einen Schwachsinn kommt. Davon habe gesehen, seit wie vielen Jahren hängt das da schon drin. Und ist immer noch feucht. Aber gut. Wollen wir nicht so sein. Gut. Ich habe momentan nur ein bisschen das Problem mit dem Bloody Flash. Aber den Rest habe ich. Mal gucken. So. Das ist zwar ein bisschen nervig jetzt. Aber das sind zwei Bären. Davon habe ich gesehen. Ich habe gerade... Man kann sie ein bisschen ziehen und dann einzeln machen. Aber zwei sollte ich schaffen. Nur drei sind zu viel für mich. Die stehen irgendwie ineinander. Ich muss ja erstmal einen Tod kriegen hier. Mal gucken. Die lassen nämlich Bloody Flash fallen. So. Da bin ich jetzt beim Darius. Und ich habe die blöde Quest jetzt hier endlich fertig. Ich habe noch ein paar Bären geschnetzelt. Und ja. Jetzt gebe ich die mal ab. Und hoffe, dass er nicht mal Sense ist hier. So. Okay. Ich habe wieder ein bisschen Ruf. Aber nicht so viel. Wie immer halt. So. Das Ritual muss ich noch machen. Okay. Wastelands. Der Eitekeck Schall. Okay. Ich muss wahrscheinlich einen Ice Cake Potion reinschmeißen. Das Ritual. Das Ritual. Das Ritual. Ach du Scheiße. Da hat er viel zu labern. Da hat man sogar ein Geschenk gleich. Das ist ja nett. Endless Green. Flowers will act. Okay. Okay. Ich habe hier etwas mit Blumen. Okay. Ich habe hier etwas mit Blumen. Ich werde nicht hier durch die Wastelands. Aber mir wurde ja schon gesagt, wo ungefähr das ist. Ja wunderbar. Gut, wenn Leute wissen, wie die Quests funktionieren. Und nicht so schwer atmen. Nee, alles gut. Leave me be. Okay. Leave me be. My love. Darius. Ja. Immer diese Schnulzenscheiße hier. Oh. Stranger. Yes. Bla bla bla. Ja. Er kann es endlich in Frieden sterben und mich in Ruhe lassen. So. Darius. Hey. D-d-d-d-d-d. Destroy myself. Fighting love. Wir sind zusammen glücklich. Ach, das ist ja. Ohne Scheiß. Wer denn das geschrieben, ey? So. Quest completed. Long goodbye. Okay. Jetzt muss ich bestimmt wieder zu Darius zurück. Complete. Wie tun du Darius? Okay. Und wieder zurück. Darius. Ich habe deine blöde Olle gefunden. Und endlich ist sie weg. Der ist jetzt nicht selbst zerstört oder so. Irgendwas hat es gelabert. Warte, muss ich eine Klasse wechseln? Äh. Klasse wechseln. So. Darius. Gut. So. Ja, die ist weg. Du brauchst mich gar nicht so blöd fragen. Hättest du selbst hingehen können? Warum macht ich die Scheiße für dich? Äh. Ja, okay. Ich bin ein toller Verbündeter. Aber, ja. Das war's. Okay, gut. Geht erstmal nicht mal weiter. Das Problem ist, da ist noch ein ganz schönes Stück bis zur Rakete. Das nervt mich doch schon wieder. Na ja gut. Dann ist ja erstmal Schluss. Ne.